Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Mit Rezepten, die nicht viel zu tun geben und die man gut vorbereiten kann, möchten wir Ihnen helfen, ein Festtagsmönig stressfrei über die Runde zu bringen. Vor acht Tagen haben wir Ihnen die Vorspeisse serviert. Heute wäre also der Hauptgang an der Reihe. Dieser führt uns direkt zum Kotmetzger. Er hilft Ihnen bei der Auswahl von passenden Stücken und gibt Ihnen auf Wunsch auch gerne ein paar Tipps für die entsprechende Zubereitung. Mein Tipp für dieses Jahr heisst Natura-Beef, das Fleisch aus kontrollierter, artgerechter Tierhaltung. Die Kälber für das Natura-Beef wachsen natürlich auf und bleiben bis zum Alter von zehn Monaten bei ihren Müttern. Auch die Ernährung ist natürlich. Zuerst Muttermilch, dann Gras und Heu. Eingestreute Liegenplätze im Stall sind die Vorschrift. Und der tägliche Auslauf auf die Weide ist obligatorisch. Natura-Beef erfüllt wie kein anderes Fleisch in der Schweiz die höchsten Ansprüche an Qualität aus artgerechter Tierhaltung und wird bestimmt auch Sie überzeugen. Vielleicht bevorzugen Sie an den Festtagen aber eher etwas Geräuchtes und haben sich wie Tausende von anderen Familien für eine der beliebten Quick-Spezialitäten entschieden. Das Rollschinken, das Nüsschen oder das Quick-Schüvli kommen Sie jetzt bei uns zum Aktionspreis über. Das Quick-Schüvli zum Beispiel für nur 18,50 Euro per Kilo. Schon vor dem Abpacken ist das Gobe Quick-Fleisch im eigenen Saft gekocht und Tisch fertig dressiert worden. Darum ist auch die Zubereitung denkbar einfach. Eine Stunde im Wasserbad ziehen lassen, in die gewünschten Portionen schneiden und schön garniert servieren. So bleibt mehr Zeit für die Familie und für die Gäste und man muss nicht lange in der Küche stehen. Leichter und schneller geht es wirklich nicht. Und auch der Gratin, den Armin am Rein dazu vorschlägt, ist unkompliziert. Unkompliziert, aber unkonventionell. Grüezi miteinander. Den Lauch habe ich schon gerüstet, in Streifen geschnitten und im Salzwasser knackig gekocht. Die Tartöpfel ebenfalls geschält und in dünne Scheiben geschnitten. Jetzt Milch, Rahm und Weisweiler aufkochen und mit Salz, Pfeffer und Muskel würzen. Denn die Tartöpfel dringend knapp weich kochen. Eine feuerfeste Form mit Knoblauch ausreiben und mit Anken ausstreichen. Die Tartöpfel einfüllen und den Lauch drüben verteilen. Für den Guss Greyerzer in die Flüssigkeit rühren. Aufmixen und über die Tartöpfel gießen. Mit Sprints bestreuen. Butterflöckchen drüben verteilen und im Ofen bei 200 Grad goldbraun überbachen. Wie man das Quick-Scheu-Falle zubereitet, haben Sie ja vorhin schon gesehen. Jetzt brauchen Sie es nur noch zusammen mit meinem Gratin auftischen und schon ist der Hauptgang für das Weihnachtsessen bereit. Zum Zeit sparen können Sie den Gratin übrigens schon am Morgen oder sogar schon am Vortag vorbereiten. Und das genaue Rezept finden Sie wie immer auf der Seite mit den Aktionen in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen und auf Wiedersehen. Mit gelmen Freude geht es auch weiter im Markenfenster. Zum Anfang mit Praliné für Connaisseur. Papi, Papi, komm, schau. Das sind doch die feinen Lieblingspraliné von Mami. Mami! Mami! Warte mal, was ich dir zum Geburtstag schenke. Aber ich habe doch erst morgen Geburtstag. Ich wollte halt der erste sein. Mh, so viele neue Sorten. Praliné von Lindh. Jetzt noch feiner. Manche Geschenke können nicht warten. Lindh. Schweizer Schokoladekultur seit 1845. Das ist ja fast schon Zauberin. Nicht Zauberer. Genieser. Hohle Gasse. Der einzigartig Würzige von Bär. Einzigartig. Und bei uns jetzt erst noch zum Aktionspreis. Einzigartig sind auch wieder verschiedene Angebote von Radio TV Steiner. Der Farbfernseher, 2863DF von Toshiba zum Beispiel, mit 70 cm Flatsquare-Bildröhre, Stereo-Zweikanalton, 100 Senderspeicher und so weiter, lassen keinen Wünsch offen und kostet trotzdem nicht mehr als 798 Franken. Wenn Sie sich das Gerät jetzt leisten, sparen Sie also volle 600 Franken. Im Schnitt zwischen 15 und 20% sparen können Sie auch, wenn Sie unsere Aktionsangebote berücksichtigen. Das hier wären zum Beispiel gerade so Gelegenheiten. Navelinas Orangen aus Spanien im 2-Kilo-Netz kostet nur 2,40. Und 20 Schinkengipfeli von Goldstar nur 7,90. Omo in den 5,5-Kilo-Boxen kommen Sie für 11,90 über. Auch allerhand zum Knabbern gibt es günstiger. Eine Familienpackung Zweifelchips kostet nur 4,75. Ausserdem offerieren wir Ihnen als weitere Geschenksidee eine Satrap-Fritdose ganze 30 Franken günstiger. Und hier noch der Preisabschlag dieser Woche. Ein Kilo Spaghetti Pasta More kostet ab sofort nur 1,60. Etwas, was man sonst auch nicht mehr jeden Tag bekommt, gibt es im GOP-Restaurant. Ein Hackbraten an Rotweissauce mit Hörnli und Wischirübel für nur 8,80. Sie sehen, ich kaufe bei GOP, heisst es zu sparen, aber nicht zu verzichten. In diesem Sinne möchte ich Ihnen auch das GOP-Studio vom nächsten Mittwoch empfehlen, mit dem dritten Teil unseres Weihnachtsmenü, dem Dessert. Ich hoffe, Sie werden sich das nicht entgehen lassen. Bis dann, auf Wiedersehen! Danke, danke. Untertitelung. BR 2018